Sie haben eine Strategie, um das gesteckte Umsatzziel zu erreichen. Behalten Sie den Weg zum angestrebten Ziel im Blick und sorgen Sie damit für die Umsetzung effektiver Vertriebsmaßnahmen. Für den Erfolg ist neben der Motivation Ihrer Mitarbeiter die Zusammenarbeit im Team ein wichtiger Garant. Schaffen Sie den nötigen Freiraum für eine intensive Kundenbeziehung. Geben Sie Ihren Mitarbeitenden eine Software an die Hand, die begeistert. Mit Transparenz zu wissen und automatisierten Prozessen rund um den Kunden. Mit einem CRM-System der Geddes Intraware integrieren Sie vertriebsrelevante Informationen aus anderen Systemen wie dem ERP, Echobot und weitere. Alle Mitarbeitenden bekommen die Unterstützung vom System, die Sie fordern. Sorgen Sie dafür, dass der Vertrieb auch unterwegs bestens mit Informationen ausgestattet und in Prozesse eingebunden ist. Für die gezielte Kundenansprache und Leadbearbeitung ist heute die perfekte Zusammenarbeit mit dem Marketing ein Muss. Kundenzufriedenheit entscheidet über eine langfristige Kundenbindung. Hierfür benötigt der Service softwaregestützte Prozesse und alle Informationen zum Kunden, um seine Leistung optimal abliefern zu können. Vollkommen ortsunabhängig, über Smartphones, Tablets, auch vom Homeoffice aus. Arbeiten Sie mit Geddes Intraware CRM abteilungsübergreifend für den Unternehmenserfolg. Die Software integriert sich nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft. Setzen Sie auf einen CRM-Partner, der zu Ihnen passt. Wir von Geddes Intraware unterstützen Sie mit über 30 Jahren CRM-Praxis bei der erfolgreichen CRM-Einführung und darüber hinaus. Einfach, mobil, flexibel. Das ist bei uns Programm, egal ob in der Software oder der Zusammenarbeit. Wegwelle. Garpte. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020